Die Harmonie zwischen Mensch und Natur, ein unverzichtbares Element unserer Reisegeschichten. Und das Motto eines modernen Familienbetriebs mit langer Tradition. Allnatura hat die größte Auswahl an nachhaltigen Matratzen, Kissen, Bettdecken und Massivholzmöbeln in Deutschland. Und mit dem Code STRAND sparst du 10%. Allnatura. Natürlich mit zwei L. Schlaf gut. Träum was Schönes. Das waren die Worte meines Vaters. Auch er hatte seine Mühe mit dem Einschlafen. Doch wenn er schlief, dann träumte er vom Reisen. Ich erzähle hier von diesen Reisen. So wie es war und so wie es hätte sein können. Meine Sitznachbarin lächelt mich unsicher an. Eine Augenbraue hochgezogen. Was das heißen soll? Urlaub. Auf Tuvalu? Ihr Blick sucht mein Gesicht ab, als hätte sie den Witz nicht ganz verstanden. Wirklich? Ich zucke die Achseln, was in den engen Flugzeugsitzen gar nicht so einfach ist. Nichts für ungut. Sie wundere sich nur. Tuvalu sei das am wenigsten besuchte Land der Welt. Unter 4000 Touristen im Jahr. Kaum mehr als 10.000 Menschen lebten hier. Und tatsächlich ist das Flugzeug nur halb voll. Die meisten Menschen einheimisch. Und was sie dann selbst hierher führe, frage ich meine junge Sitznachbarin, ob sie beruflich unterwegs sei. Sie lacht. Bis dahin seien es bei ihr noch ein paar Jahre. Im Moment wolle sie nur ihre Eltern besuchen. Sobald sie aber mit ihrem Studium auf Fiji fertig sei, werde sie unbedingt zurück nach Tuvalu ziehen. Keine Frage. Das Leben dort sei, beginnt sie und blickt auf der Suche nach den richtigen Worten aus dem Fenster, mit nichts anderem vergleichbar. Dass ich es verstehen werde, wenn ich erst einmal ein paar Tage dort gewesen sei. Ich lächle und folge ihrem Blick aus dem Fenster. Hinter Flügel und Propeller erstreckt sich der Pazifische Ozean wie ein wogendes Seidentuch. Eine wabernde Tischdecke mit tiefblauem Wellenmuster von einem Ende des Fensters bis zum anderen. Und dort hinten, kaum mehr als eine winzige, türkisfarbene Oase im dunklen Meer, ragen die schmalen Umrisse von Tuvalus Inselgruppen aus dem Wasser. Wobei Ragen wahrscheinlich schon zu viel gesagt ist. Tuvalu streckt gerade so die Schädeldecke aus dem Wasser, treibt eher an der Ozeanoberfläche wie ein Wal beim Luftholen. Der höchste Punkt nur ein paar Meter über dem Meeresspiegel. Ein Ring aus dünnen Inselstreifen umgibt eine tränenförmige Lagune aus brillantem Türkis. Wie ein Krater, bei dem alles außer dem obersten Rand unter Wasser gesetzt wurde. Und genau das bereitet Tuvalu ziemliche Sorgen, erklärt meine Sitznachbarin. Ein heiserer Unterton schleicht sich in ihre Stimme. Man beobachte den steigenden Meeresspiegel genau. In Tuvalu lernten die Kinder bereits ab der ersten Klasse über den Klimawandel. Abgeordnete in der UN setzten sich stark für den Schutz der Umwelt ein. Dass die Zukunft ungewiss sei. Man werde sehen, was kommt. Sie atmet langsam aus. Ihr Blick verliert sich in der Ferne. Die Lautsprecheranlage über mir knistert leise, bevor die Pilotin mit sanfter Stimme den Landeanflug ankündigt. Das Wetter sei wunderbar sonnig. Die Temperatur liege bei 29 Grad. Ich versuche mich zu erinnern, in welcher Rucksacktasche die Sonnencreme steckt, während das Flugzeug sich langsam nach vorn neigt. Der tiefbrummende Motor vibriert beruhigend an meiner Schläfe. Die Sonne spiegelt sich glitzernd auf der Tragfläche des Flügels. Kleine weiße Punkte tauchen in der Lagune auf. Beim Näherkommen entpuppen sie sich als Fischerboote, die friedlich durch den Nachmittag treiben. Klares, tropisch-blaues Wasser umgibt die Insel. Zur Küste hin wird es immer heller, geht in ein leuchtendes Türkis über, bis es sich schließlich als schäumende Wellengischt auf einen traumhaften Sandstrand ergießt. Dahinter liegt eine saftige Schicht winkender Palmen und eine Straße mit vereinzelten Häusern. Und dann kommt schon wieder Strand, diesmal Richtung Laguneninnenseite. Ich lehne mich im Sitz zurück, um meiner Nachbarin nicht den Blick aus dem Fenster zu versperren. Das Flugzeug senkt sich nach links, während wir auf den Flughafen zumanövrieren. Es muss einer der kleinsten Flughäfen der Welt sein. Er besteht allein aus einer Landebahn, die sich über knapp ein Drittel der Länge der größten Insel Tuvalos streckt. Es gibt keinen Tower, keine weiteren Flugzeuge, nur eine lange, asphaltgraue Landebahn. Direkt angrenzend liegt eine kleine Siedlung einstöckiger Wohnhäuser. Klitzekleine Menschenpunkte schieben sich über die Straßen. Ein leiser, gedämpfter Ton schwillt an, als wir der Insel näher kommen. Einen Moment lang bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn mir nicht einbilde. Vielleicht der Druck auf den Ohren? Doch, wirklich. Eine Alarmsirene, erklärt meine Sitznachbarin, als sie meinen irritierten Blick sieht. Falls gerade jemand auf der Landebahn unterwegs ist. Sie lacht, als ich sie noch verwirrter ansehe. Flügel gäbe es nur zweimal die Woche, sagt sie. In der Zwischenzeit werde der Flugplatz für alles Mögliche genutzt. Er sei der einzige Ort auf der Insel, der breit genug für ein gutes Fußballspiel sei. Aber auch die wildesten Partys und Gemeindefeste werden hier gefeiert. Sogar als kleine Schnellstraße diene er tagsüber, um von einem Ende der Insel zum anderen zu gelangen. Und dann müsse man die Menschen eben nochmal daran erinnern, dass hier ab und zu auch ein Flugzeug landet. Ich nicke lächelnd, vergewissere mich aber lieber nochmal mit einem Blick, dass wirklich niemand auf dem Flughafen herumläuft. Die Räder des Flugzeugs berühren sanft den Boden, und wir rollen elegant aus. Tropische Sommerluft pustet mir entgegen, als ich die Fluggasttreppe hinabsteige. Die Sonne begrüßt mich mit einer enthusiastischen Umarmung. Liebevolle Strahlen spielen auf meiner Haut. Ich stopfe den Reisepulli in den Rucksack und genieße, wie luftig sich mein weites T-Shirt anfühlt. Draußen auf der Straße frage ich meine ehemalige Sitznachbarin nach dem Weg zum Hotel. Sie erklärt ihn mir und versichert, man kann das Hotel gar nicht verpassen. Ohne ihre Hilfe jedoch wäre ich aufgeschmissen. Es gibt keine Touristeninformation, keine hilfreichen Aushänge und kaum Telefonempfang. Die Infrastruktur sei wirklich nicht auf Tourismus ausgelegt, meint sie. Sie winkt mir zum Abschied und läuft dann auf ein wartendes, älteres Paar zu. Ich lächle und drehe mich um. Ein wenig herumzulaufen tut gut nach der langen Reise. Ich strecke meine Arme dem wolkenlosen, blauen Himmel entgegen, lasse die Schultern kreisen, dehne meinen Nacken. Eine frische Meeresbrise trägt den Salzgeruch zu mir herüber. Ich kann es kaum erwarten, mich ins Wasser zu werfen. Schon nach dieser kurzen Zeit in der Sonne spüre ich die ersten Schweißtropfen auf der Stirn. Die Abkühlung im kristallklaren Pazifik kann gar nicht früh genug kommen. Immer wieder komme ich an pavillonartigen Bauten vorbei, an denen eingerollte Plastikplanen hängen. Bei schlechtem Wetter lassen sie sich abrollen. Sogar ein paar der einstöckigen Wohnhäuser funktionieren nach diesem Prinzip. Keine Außenwände, nur Säulen und ein Dach. Auch die Rezeption des Hotels ist nach außen hin geöffnet. Eine Frau sitzt hinter einem Tresen und ist in ein Buch versunken. Ich klopfe an eine Säule, weil es keine Tür gibt, und trete in den kühlen Schatten des Gebäudes. Die Rezeptionistin stellt sich als Carrie vor und zeigt mir mein Zimmer im zweiten Stock. Ein gemütliches Doppelbett, eine gnädige Klimaanlage und ein luxuriöser Ausblick über den Ort. Weil die meisten umgebenden Häuser einstöckig sind, sehe ich bis zu den Palmen am Strand. Ich lade mein Gepäck ab und werfe mich für einen Moment aufs Bett. Durchatmen nach der Reise. Ankommen. Die Alarmsirene ertönt wieder, und ich strecke den Kopf aus dem Fenster, gerade als sich die Propeller des Flugzeugs wieder zu drehen beginnen. Ich sehe zu, wie das einzige Flugzeug des Landes abhebt, um erst in drei Tagen zurückzukehren. Als ich die Treppe zum Erdgeschoss hinablaufe, ist Carrie bereits wieder in ihr Buch versunken. Ob ich denn nicht vorhabe, eine Pacific Exercise zu machen, fragt sie, als ich an ihr vorbeilaufe. Ich werfe ihr einen fragenden Blick zu. Ich werfe ihr einen fragenden Blick zu. Eine Siesta, erklärt sie. Ein Nickerchen eben. Die heißesten Stunden des Tages bei Ventilator und Klimaanlage im Kühlen verbringen. Ich schüttle energisch den Kopf. Auf gar keinen Fall. Hitze hin oder her, man kann mir doch nicht solche traumhaften Strände vor die Nase halten und dann erwarten, dass ich in der Stube hocke. Wie ich denn jetzt am besten an eine geeignete Badestelle komme, will ich wissen. Carrie überlegt einen Moment, kramt dann einen Zündschlüssel aus einer Schublade hervor und wirft ihn mir zu. Mit einer frischen Schicht Sonnencreme auf der Nase tuckere ich also durch Tuvalu. Der Auspuff des alten Mopeds knattert anfangs ein bisschen. Dann kriegt er sich ein. Es ist nicht das neueste Modell auf dem Markt und fährt entsprechend langsam. Aber dafür lerne ich Tuvalu in umso gemütlicherem Tempo kennen. Der Linksverkehr ist etwas ungewohnt, doch zum Glück gibt es hier kaum Gegenverkehr. Am Ortsende vereinen sich die drei asphaltierten Straßen der Siedlung zu einer einzigen, zweispurigen und ich begebe mich Richtung Norden, wo laut Carrie die besten Strände der Insel auf mich warten. Gigantische Palmen säumen die Straße wie eine Allee. Hoch in den Himmel ragen sie. Ihre saftig grünen Wedel surren im Wind. Dahinter blitzt das Meer auf. Azurblaues Funkeln unter dem traumhaften Himmel. Die Lagune links, die endlose Fläche des Ozeans rechts. Der Wind weht mir durchs Haar und ich fühle mich frei. Die Luft ist so frisch und salzig, dass ich das Meer auf meinen Lippen schmecke. Die Sandstreifen zwischen Straße und Wasser sehen schon jetzt unglaublich verlockend aus. Unberührter, goldweißer Sand. Fein wie frisch gesiebt. Und doch halte ich nicht an, denn es soll laut Carrie noch schöner werden. Vor einer Grundschule tummelt sich eine traube Kinder in Schuluniform. Sie winken mir zu, während ich vorbeirolle und laufen kichernd weg, als ich zurückwinke. Die Insel wird schmaler und schmaler, bis der Strand schließlich an beiden Seiten direkt an den Straßenrand anknüpft. Nicht einmal 15 Meter Landmasse trennen den Ozean von der Lagune. Und auch für mich kann es nicht mehr weit sein. Die Sonne steht hoch am Horizont, als die Palmenallee mich schließlich auf eine kleine, asphaltierte Fläche entlässt. Die letzten paar hundert Meter laufe ich zu Fuß. Und schließlich erreiche ich das Nordende der Insel und komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Vor mir liegt ein atemberaubender Tropenstrand. Der Sand ist so leuchtend weiß, dass er mich trotz Sonnenbrille blendet. Paradiesische Kokospalmen neigen sich über das klare Wasser. Ihre Früchte hängen verführerisch tief hinab. Das Meer ist ruhig und kristallklar, dehnt sich bis zum Horizont aus. Eine sanfte Brandung rollt heran und umspielt zärtlich die Küste. Und das Beste? Keine Menschenseele weit und breit. Keine überfüllten Strandbars. Keine sichtblockierenden Sonnenschirme. Keine plärrenden Musikanlagen. Keine herumwehenden Plastiktüten. Nur das Meer und ich. Das Rauschen der Wellen ruft laut meinen Namen. Ich kicke meine Flipflops beiseite, ziehe mein Shirt aus und stürze mich ins Wasser. Der Ozean empfängt mich mit einer kühlenden Umarmung. Ich mache ein paar kräftige Schwimmzüge, hole tief Luft und tauche den Kopf unter Wasser. Die Geräusche der Welt bleiben zurück und ich lausche dem Rauschen des Meeres. Blubberblasen aus meiner Nase kitzeln meine Wangen entlang hinauf zur Oberfläche. Ich öffne einen Moment die Augen, blinzle durch das klare Wasser. Hier unten herrscht buntes Treiben. Ein wunderschönes Korallenriff erstreckt sich entlang des Ufers. Ein wahres Unterwasserparadies exotischer Korallengebilde. Dunkle Algen wiegen sich in der Strömung. Bunte Fische treiben gemächlich durch die Gegend. Ein silbriger Schwarm flitzt aufgeregt hin und her. Ich tauche auf und drehe mich auf den Rücken, strecke die Arme von mir und lasse mich einfach treiben. Der Himmel über mir ist eine blaue Leinwand. Kein Fleck, kein Hauch einer weißen Wolke. Nichts, was ich jetzt ändern würde. Ich schließe die Augen und erlaube meinen Muskeln, sich einfach nur zu entspannen. Das kühle Wasser massiert nach und nach die Anspannung der Reise aus meinen Schultern. Die sanften Wellen streichen über meine Haare. Mit ausgestreckten Gliedmaßen lasse ich mich treiben. Um mir den Sonnenbrand nicht direkt am ersten Tag zu holen, drehe ich mich schließlich schweren Herzens um. Meine Muskeln sind müde, aber entspannt. Mit langsamen, großen Bewegungen schwimme ich zurück an den menschenleeren Strand. Im Schatten einer Palme setze ich mich in den weichen Sand und genieße die Ruhe. Die Sonne senkt sich langsam gen Horizont. Ein einsames Fischerboot kehrt nach einem langen Tag nach Hause zurück. Die Wassertropfen kullern meine warme Haut entlang, hinab von meinen Schultern, meinen Knien, meinem Rücken. Einer nach dem anderen versickern sie im Sand, hinterlassen nur runde Flecken. Ich trockne langsam an der warmen Luft, der Salzgeruch noch frisch auf meiner Haut. Bevor die Sonne komplett im Meer versinkt, mache ich mich auf. Im letzten Licht des Tages fahre ich die Allee zurück. Der flammende Sonnenuntergang zwischen den Palmen ist ein aufblitzendes Farbspektakel. Das Meersalz liegt schwer auf meinen Augenlidern, als ich im Hotel ankomme. Ich gebe Carrie den Mopedschlüssel zurück und sie serviert mir dafür ein frisches Abendessen. Frisch gefangener Fisch in Kokosnusssoße, dazu gebratene Papaya und knusprige Taro-Wurzel. Ein regionales, einfaches Essen, das um so herrlicher duftet. Müde lasse ich mich an den Esstisch plumpsen. Mit dem ersten Bissen fällt mir auf, wie hungrig ich mittlerweile bin. Erschöpfte Bewegungen führen die Gabel zu meinem Mund. Ich schließe die Augen und genieße den frischen Kokosgeschmack. Im Nu ist der Teller leer. Mit einem müden, aber zufriedenen Lächeln bedanke ich mich herzlich bei Carrie. Sie lacht und wünscht mir eine gute Nacht. Nach einer dampfenden Dusche und nachdem mir beim Zähneputzen schon fast die Augen zufallen, krieche ich endlich ins Bett. Die Matratze empfängt mich mit einem herzlichen Ächzen. Ich vergrabe den Kopf im weichen Kissen und atme tief ein. Das sanfte Wiegen der Wellen liegt mir noch in den Muskeln. Und wenn ich die Augen schließe, kann ich die bunten Korallen vor mir sehen, die funkelnden Fischwärme, den strahlend blauen Himmel, den goldweißen Sand. Das Säuseln der Wellen hallt in mir nach, während ich langsam, ganz langsam in den Schlaf sink. Das Säuseln der Wellen Fischwärme Die Vielen Dank.